Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einer neuen Fahrstunde. Yes! Ich hoffe, es geht euch gut erstmal. Danke fürs Einschalten. In dieser Fahrstunde, also heute im Gesa... Sprachenlernen, Bubble. Heute habe ich zwei Stunden sogar aufgenommen. Einmal bin ich mit Thailand gefahren. Das seht ihr ja in diesem Video. Und später bin ich noch mit Robin gefahren. Robin hat auch heute seine erste Fahrstunde gehabt. Kommt aber dann direkt eine Folge später. Ich brauche mal eine Sonnenbrille heben. Immer gefreit. Komm, lass uns gar nicht lange quatschen. War eine gute Fahrt heute mit Thailand. Der war nicht ganz so konzentriert. Hat irgendwie Schule, auch Tests und so. Aber seht ihr alles in der Folge. Viel Spaß. Danke fürs Einschalten. Intro! Erstmal die Kamera hier festmachen. Und dann warte ich hier auf Thailand. Zwei, drei Minuten kann dir mal passieren. Das Leben ist kaputt. Ich schreibe hier mal auf der WhatsApp. Ich bin in fünf Minuten dabei, all mich. Hier. Was geht ab? Hey. Er springt direkt rein. Können wir direkt loslegen. Hi. Melig. Robby, hi. Merchant hat keine Zeit gehabt, oder was? Nein. Musst du noch fegen? Meine Lehrer lassen mich nicht auch nicht früher gehen. Scheiße. Hast du das Klausur gehabt, oder was? Ja. Hast du das geschrieben? Ich habe einen Vokaltest gehabt heute. Ah, und ging, oder? Ja, gut. Dichtig, wirklich. Melig. Cool, ich denke, man erklärt. Läuft bei dir, oder was? Dann mach dir erst mal bequem. Erst Sitz und dann Spiegel immer besser, ne? Das, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Rechts vor links mit diesem ersten Gang und zweiten Gang. Dass du, hast ja gemerkt, da auf dieser Prüfungsstrecke links, wo wir da auch, da fahren die halt auch häufiger an der Prüfung lang. Da weiß der Prüfer sofort, hast du es verstanden oder nicht? Dann braucht der nicht mehr lange mit dir irgendwo noch rumfahren. Dann sieht er sofort, wenn du an der richtigen Stelle den ersten nimmst. Gut, hat er verstanden. Und wenn das, ich sag mal, rechts vor links so groß ist wie das, dass man vor weitem schon ein bisschen reingucken kann, kannst du halt im zweiten Gang bleiben. Und dann machen wir das halt auch so, dass wir schon so ein bisschen auch diese engeren Straßen fahren. Triff immer diese Entscheidung, siehst du was, siehst du nichts. Immer wenn du nichts siehst, bremst runter, erster Gang, auch wenn das ein bisschen zu langsam ist, aber ist egal, Hauptsache du bist safe in der Prüfung. Das ist das eine und das andere ist, dass wir darauf achten mit diesem 1, 2, 3, 4. Inschwieg, anschwieg, weiter rein. So, die Sachen. Da gucken wir heute, wie weit wir kommen und wie viel davon hängen bleibt. Cool. Das vergesse ich nicht mal nicht. Hast du mir erzählt? Ja, das habe ich schon erzählt. Jetzt mal so losgefahren, aber ding, 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 ding. Warten wir mal ruhig hoch, die Fenster zumindest hinten. Kann ich die Klimaanlage nämlich anschmeißen? Wenn wir zuwarmen, wird es noch Bescheid. Alles klar, Kupplung durch, Maschine an. Ab jetzt, immer wieder, bevor es losgeht, oh nein, Spiegel ist einfach. Ja gut, trotzdem, bevor es losgeht, Innenspiegel, Außenspiegel, Schulterblick. Das ist eine junge Dame. Ja gut, junge Dame lassen dürfen. Wenn du sagst, passt, Spiegel checken, sieht gut aus. Ja und dann, genau, wichtig ist, dass du noch den Blinker mit anschmeißt. Sonst weiß ja gar keiner, dass du losfährst. Korrekt. Ein bisschen rechts rüber, weil im Prinzip kannst du das hier wie so eine Straße gelten lassen, so wie rechts vor links. Sie kommt von rechts, wenn sie durchfahren, passt. Drück ruhig ein bisschen aufs Gas. Ich noch ein bisschen mehr. Guck mal, dann halte ich ein bisschen rechts. Und wenn gleich da rechts diese Einfahrt kommt, dann kehren wir da um. Du kannst schon hinter dir checken, ob da jemand ist. Wenn du da keiner ist, machst den Blinker rechts an. So weiß immer jeder, was du vorhast. Fahr vorbei. Und dann bleib direkt da hinter, hinter der, nimm dir den. So vorbeifahren. Ach so. Und jetzt Kupplung und dann hier stopp. Also dass du hier stoppst und in der Prüfung immer gleich umkehren. Immer so, du fährst vorbei, dann rückwärts da rein. Mach nur mal einen Blinker rechts an. Genau. Dann Rückwärtsgang. Jupp. Ne, nach oben. Boah, jetzt ist es gar nicht mehr dran. Ja doch, doch. So, jetzt musst du dich halt umdrehen, das ist genau. Und schlag schon volle Pulle nach rechts ruhig ein. Und immer nur ein bisschen. Ein bisschen Kupplung und wieder runterdrücken. Kupplung und wieder runterdrücken. Genau so. Das ist cool. Genau, drück wieder runter. Korrekt. Okay, ab der Hälfte bleib einmal ganz kurz stehen. Einfach so, stopp. Nur stopp. Dann checkst du nach links aus, dass da keiner kommt. Also so richtig so über die Schulter, so Fahrradweg mäßig, da links. Wenn dann da keiner kommt, dann guck nochmal nach hinten und fährst du noch ein kleines Stück zurück. Okay. Genau, dann Bremse festhalten, festhalten, dass er die nicht wegrollt. Jetzt erster Gang. Ja. Blinker links. Und dann erst einlenken, sonst kommst du nicht rum, sonst wird die Kurve zu groß. Genau. Volle Pulle lenken und jetzt nur 50% Kupplung. Mach nicht alles. Genau. Aber wenn du alles gemacht hättest, dann schießt er sofort so nach vorne. Das kannst du halt nicht verbrauchen, wenn du so eine Kurve bist. Korrekt. Jetzt aber zieh noch ein bisschen am Gas. Und dann direkt Kupplung durch, sodass du den zweiten Gang kannst. Und wenn du hinter dir checkst, ein bisschen da wieder rechts rüber und checkt dafür immer wieder den Außenspiegel. Nicht, dass da irgendwann mal einer mit so einem E-Bike da vorbeigeballert kommt. Bleib rechts, aber kein Gas. Wegen dem rechts vor links. Guck mal hier. Ja. Wo muss der eigentlich dein Fuß sein? Am Ambalbans. Genau. Genau. Ja, weil sonst weiß der Prüfer nicht, warum du da reinguckst. Denk dran, dass du den da drüber legst. Ja, jetzt hier wegen dem Stoppstuhl ist eigentlich klar. Kupplung durch. Sauber und der ist gut. Korrekt. Jetzt tastet dich einfach locker vor. Aber beim Vortasten bleib so ein bisschen mit dem Kopf nach links. Dass du wirklich 100% sicher bist, dass da... Genau. Habt dann wieder Gas. Wurde noch ein bisschen knackiger. Dass der den Helm auf hat. Genau. Und direkt Kupplung durch. Rollen lassen. Nee. Also jetzt bis zum dritten Gang. Das geht auch. Ach, ich dachte, ich bin gerade im zweiten noch. Nein, nein. Bleib ein bisschen rechts. Weil hier ist ja auch 30. Einfach Kupplung durch. Rollen lassen. Genau. Hier habe ich gemerkt, dass ich mich erst anschlaube. Ja, ja. Wir fahren gleich an der Ampel links. So, denk dran, die Show bevor es losgeht. Wieder innen, außen. Schau dir weg. Und Blinker. Ist safe. Bisschen locker rum. Du hast gesehen, der Typ wollte noch rüber, hat dann aber abgedreht, weil sein Ampel wieder rot geworden ist. Aber was, da musst du dir mal aufpassen. Nicht alle drehen ab. Manche ziehen auch einfach durch. Kennst du bestimmt? Siehst du die alle, die rüber rüber rüber? Kein Gas. Roll einfach locker drauf zu. Beobachte die. Das war wohl sein Kumpel hier. Siehst du, dass der Bus da noch steht? Check erst mal linker Außenspiegel, ob da überhaupt jemand ist. Nein. Und fahr so ein bisschen links rüber. Aber jetzt bleib stehen, wegen dem Mercedes. Also so stehen bleiben. Also, dass du so praktisch bereit bist. Und wenn du jetzt sagst, okay, ist cool, dann guckst du nochmal und dann fährst du langsam vorbei. Genau. Jetzt fahr schön weiter weg. So. Genau. Und dann locker vorbei. Aber es muss immer so frei sein wie jetzt. Beobachte den Bus. Fahr locker dabei weiter. Wenn der hier rausfährt, wovon ich ausgehe, genau, fährst du langsam weiter. Immer langsam weiter, langsam weiter. Und jetzt ein bisschen Gas. Korrekt. Woraus? Geradeaus. Wieder Blinker, Blinker, Filterblinkung und die ganzen Planen. Wenn ich nichts sage, immer geradeaus. Oder der Prüfer nichts sagt, immer geradeaus. Und direkt eine Kupplung durch, lass wieder rollen, ein Stückchen. Genau. So. Warte, kein Gas kurz. Einmal abchecken. Siehst du die beiden hier am Fahrrad? Guck mal, rechts kamen auch noch welche. Nur, dass du die siehst. Und wenn die zu nah sind, bleibst du stehen, lässt die rüber. Aber der Prüfer guckt, ob du guckst. Wenn du halt so machst, dann weißt du ja, du hast nicht geguckt. Und manchmal ziehen die Leute einfach auch ein Bein einfach durch. Du musst versuchen dann, es zu erkennen, stehen zu bleiben. Spiegel gucken, Blinker rechts. Hier in der Prüfung, fahr alleine rechts weiter. Wenn du mal geradeaus guckst, da ist das Verbotsschild, siehst du das? Da wird der Prüfer nichts sagen. Wenn er nichts sagt, immer geradeaus. Bis das Schild kommt. Wenn du da reinfährst, bist du durchgefallen. Deswegen wartet der da drauf, dass du reagierst. Und wenn du das erkennst, rechtzeitig, und du weißt schon, wir fahren da lang, dann kannst du schon von vornherein, die einen in den Bart grinsen, dann weißt du, okay, da fahr ich sowieso gleich rechts. Also brauche ich auch nicht nachzufahren. Nein, da brauchst du nicht nachfahren. Da kannst du einfach in den Spiegel aus. Spiegel, Schulter, Blinker. Blinker, dann gehen wir rum. Machen die da, neuer Fernseher oder was? Mach mal langsamer, die ganze Gang am Start hier. Korrekt. Roll ruhig weiter, drück aber mal die Kupplung jetzt durch. Oh, fahren wir lang. Okay, dann Blinker links. Spiegel gucken. Erster Gang. Weil du beide Seiten wieder auschecken musst, links oder rechts. Wenn keiner kommt, dann geht's ab. Sauber. Jetzt ist das hier ein bisschen fies. Nimm mal einen zweiten Gang, gib aber keinen Gas mehr. Einfach vor zweiter Gang. Guck mal, welche Straße geradeaus geht. Die linke. Ja, Spiegel gucken, dass da keiner kommt. Dann gehst du einfach so links rüber, das ganze Gas gehen. Na, ein bisschen wie beim Kart fahren. Und wieder Gas geben aus dem Grün. Bist du es noch packt, kommst du locker runter. Ja, cool. So, ja, ab jetzt ist auf 30 Zone vorbei. Ja, das sind die 7 Meter. Genau, wenn es passt. Wenn halt alle genug fahren oder so. Komm nur wieder durch. Genau. Kuppel, hinter dir? Die Webchill. Sehr gut. Erinnerst du dich, Bahnübergänge, was da abging? Links und rechts gucken und leicht abbremsen. Genau. Kurz Gas wegnehmen und dann kommt keiner. Wunderbar. Jetzt kannst du draufdrücken. Drück ruhig auch ein bisschen mehr aufs Gas. Genau. Schön wieder zurück. Sauber. Und ruhig nochmal ein bisschen mehr drücken. Aber achte gut auch auf die Parkland-Fahrzeuge auf meiner Seite hier. So. Schön zickzack hier. Oh, die Scheriff. War gut, dass wir angeschnallt sind. Guck mal hinter dir. Das ist frei. Genau. Immer wichtig, dass du da einen so einen kleinen Blick hinten reinwirfst, dass du abchecken kannst, was die macht. Weil wenn die Ampel mal umspringt oder so, du mal schnell reagieren musst, ist immer gut, dass du weißt, wer so hinter dir ist. Die Kupplung brauchst du ja nicht. Die lassen du mal ganz los. Okay. Den Fuß nimm auch wieder ganz genau, ganz zur Seite. Ich hätte mal eine Frage. Hau raus. Was passiert eigentlich, wenn ein Fahrschüler, sagen wir mal, aus Versehen einen Unfall macht, so irgendwo gegen kommt? Oh, dann hab ich auf jeden Fall fett gepennt. Ist das dann Ihre Schuld? Ja, ja, klar. Also in zehn Jahren ist mir das noch nie passiert. Der Fahrschüler kriegt nicht sein Kosten oder wie ist das? Nein, kannst du ja nicht. Wenn du jetzt auf einmal Vollgas gibst und rammst den Bus weg, völlig absichtlich, weil du da Bock drauf hast. Ja, ich meine ja, ich absichtlich. So, genau. Also, nein, kann ja nicht. Wenn Thailand jetzt hier auf einmal rechts abbiegt und wir knallen gegen die Laterne, dann hätte ich ja vorher bremsen müssen oder so, weißt du? Ja. Okay, jetzt kannst du schon die Kupplung drücken, weil Kreisverkehr auf jeden Fall kommt. Check mal Außenspiegel. Kein Fahrrad, ne? Weil wir beide jetzt hier zusammenkommen. Drück mal Kupplung durch. Das ist zu viel hier. Roll langsam weiter, so bis hierhin. Und jetzt erste Gang. Genau. Schön langsam weiterschleifen, wenn das passt. Korrekt. Fahrt umrum, um die Dinge. Bevor du jetzt rausfährst, wichtig, noch mal. Nichts. Mehr linken. Hier Blinker, Spiegel, Schlotterblick. Genau. Und dann locker wieder Gas. Und sobald das passt, wieder Kupplung durch. So, kein Gas, weil guck mal, die stehen. Sowieso ist 30. Wenn du jetzt schon Gas wegnimmst, hast du vielleicht die Chance, weiterzufahren. Genau. Aber auch nur vielleicht. Ja, man hört es so. Ah, weil wir klug sind. Weil wir nachgedacht haben. Okay, Fuß nehmen ganz weg von der Kupplung wieder. Genau. Und erstmal kannst du ruhig ein bisschen Gas geben. Bis 30, so genau. Und hier ist es wieder vorbei. Zieh ruhig 50, ne? Ab hier hast du oben so ein Schild gehabt. So, ruhig weiter draufdrücken. Und jetzt hörst du ja ein bisschen lauter. Also Kupplung ruhig, Gas weg. Wunderbar. Zieh wieder. Guck, dass du nicht so weit runterfällst von den 50. Weil jetzt bist du so wieder auf 40 gefallen, ne? Dass du... Der Prüfer beobachtet dich. Und wenn du da zu lässig so mit umgehst, dann ist das nachher zu locker. Dann sieht das so aus, als könntest du nicht richtig reagieren. Deswegen kontrolliere das sehr, sehr oft. Keine Ahnung, alle 20, 30 Sekunden. Guckst du mal eine Sekunde runter. Und dann weißt du, okay, ich bin ein bisschen unter 50. Dann drückst du wieder ein bisschen drauf. Wenn du dann nach 20, 30 Sekunden wieder guckst und sagst, oh, ich bin bei 60. Dann plattst du wieder ein bisschen runter. So, dass du aber immer wieder kontrollierst, alle 20, 30 Sekunden. Und dann ist das safe. Dann kann da nichts schief gehen. Guck mal wieder. Dann bist du wieder auf 40, weil es auch bergauf geht. Genau. Und auch auf sowas legen. Du fährst ja extra mal bei uns zum Beispiel die Kanalbrücken hoch, die Kanalbrücken runter. Und du musst halt gucken, dass du bergauf 50 fährst, aber auch bergab. Und die, die pennen, kannst du dir ja vorstellen, die fahren bergauf, dann 40, weil die ein bisschen schlafen. Und bergab wird es dann auf einmal 60, weil, oh, es ist zu viel auf einmal. Und genau da guckt er halt hin, wie du dann da reagierst und ob du dann da reagierst. Anstrengend heute, oder was? Ja. Schule, ja. Scheiße. Ja, auch keiner. Was hast du denn geschrieben für ein Bookoutist? Ach, Englisch. Ich verstehe auch nicht, wieso man in der Oberschule ein Bookoutist schreibt. Aber geht Englisch, oder Max? Ich mag Englisch, Spanisch. Ich kenne nur Donde Estade Bibliotheca. Dann war es das. Klingt immer gut. Und Margarita Magusta. So, kontrollieren nochmal. Genau das meine. Siehst du? Also es ist halt schwer, ne? Dann guckst du jetzt drauf, bremst einfach langsam ein bisschen an und dann bist du wieder bei 50. Cool. Wir fahren jetzt geradeaus weiter. Die Vorfahrtsstraße knickt ja so nach links ab, ne? Das andere wäre rechts. Du kannst also nicht blinken. Wir fahren einfach geradeaus. Kannst du so ein bisschen nur fürs Gefühl, ein bisschen runterkommen von der Geschwindigkeit, dass du hier das so gut kriegst. Genau. Und jetzt drückst du einfach wieder drauf. Das war's. Du musst auch ein bisschen mehr drücken, weil ich glaube, sonst kommen wir den Berg nicht vernünftig hoch. Okay. Du wirst aber merken. Was musstest du fägen? Was musstest du fägen? Wie heißt das? Den Raum. Echt? Hast du das gemacht? Hast du das rumgeschmissen oder was? Nein. Der Boden wird ja immer so dreckig, wenn da ganz viele Schüler waren. Ja. Und einer ist der aus der Wilde, der muss wehen, oder? Ja. Und ich meinte, ich habe Fahrstunden, aber der war das egal. Siehst du das? Guck mal. Selbst wenn du jetzt pusht, ist es voll schwer für den Wagen, weil es zu steil bergauf geht. Und so die Geschwindigkeit zu halten. Bei mir in der Schule gab es früher Pickdienste. Da hieß es, wenn sie mal prüfen. Ganz kurz. Warum nicht? Warte mal, warte mal, warte. Warte hier. Kupplung drücken. Kupplung drücken. Und zweite Gang. Du siehst nicht, ob einer kommt in der Kurve hier. Und wir fahren jetzt links. So wie er auch. Spiegel checken. Blinker. Aber zieh noch nicht rüber. Warte. Weil die von da angeballert kommen aus dem Wald. Kommt da keiner am Ende, dann kannst du rüber. Genau. Wie schnell darf man jetzt hier fahren? 30, würde ich sagen. Nicht, würde ich sagen. Achte immer da drauf, ob hier ein Schild steht oder nicht. Stand kein Schild. Dann ist hier wie viel? Genau. Ich habe nämlich früher ein bisschen links rüber. Ich habe früher immer Schilderparanoia gehabt. Ich habe immer gedacht, ich habe das Schild verpennt. Noch langsam, wenn du das irgendwie. Aber du musst gucken, dass du für dich selber sicher wirst. Also wenn du hier links abbiegst und du siehst, okay, es gibt keine Schilder, dann musst du nur wissen, bin ich in der Stadt oder bin ich auf einer Landstraße. Und wenn du in der Stadt bist, ist es 50. Also versuch nicht zu raten, weil wenn du rätst, dann hast du immer irgendwie das Gefühl, du hast ein Schild verpennt. Und das ist dann mies. Dann kriegst du es gar nicht vernünftig geregelt. Aber jetzt ist alles klar. Fahren wir in eine 30-Zone rein. Okay, Fuß über die Bremse und über die Kupplung. Könnte ich hier nicht sehen. Genau, aber der zweite Gang müsste klar gehen. Guck mal. Ist okay, ne? So, ein bisschen links rüber. Jetzt kannst du wieder bis 30 draufdrücken. Erstmal so ein bisschen draufdrücken. Genau, Fuß nimm wieder weg von der Kupplung. Das ist immer wichtig, dass du selber darauf achtest. Ansonsten merkst du das ja. Immer so ein bisschen drückt man immer mal mit, nicht viel, aber ein bisschen. Guck wieder, dass du rechts rüberkommst. Ja, die Dinger sind einfach nur, wenn du da hast, dass du nicht mit 30 drüberballerst. Jetzt nimmst du einfach ein bisschen Gas weg vorher. Ganz gut. Dann fahren wir links. Bevor du jetzt blinkst, zack, zack, Schulterblick, Blinker, bleib rechts. Genau, keine Kupplung. Einfach nur eine ganz große Kurve. Aber mach die ganz groß. Warte noch, nicht lenken. Erst spät lenken. Genau. Dieses späte Lenken ist wichtig, dass du denen hier den Platz lässt. Weil du kannst ja nicht so gut in die Straße gucken. Und ich sag mal, wenn da so ein weißer Jeep oder sowas kommt, der braucht Platz. Und wenn du den dann schneidest, musst du immer eine Kurve wieder zurückziehen. Das bockt nicht so. Hinter uns ist gut, ne? Ein bisschen Gas kannst du da geben. So wie du das auch an den 30 kratzt. Bleib rechts. Guck mal, dann fahren wir jetzt rechts weiter. Kein Gas. Direkt schon anfangen mit Spiegel. Innen, außen, Schulterblick, Blinker. So, das sieht relativ gut aus. Ohne Gas. Jetzt ist hier auch kein... Das passt alles. Langsam rein. Lenkt schon rum. Genau. Sehr gut. Bleib hier. Bleib rechts. Und dann erst... Jetzt praktisch Gas geben. Nicht zu früh, ne? So, Fuß wieder über die Bremse legen. Und wichtig, noch kein Gas. Kupplung und Stopp. Sofort stoppen. Stopp, 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 stopp. Oh, der ist gegangen. Gut, dass du reagiert hast. Und genau das will der Prüfer halt sehen. Im zweiten Gang konnten wir die jetzt locker erkennen. Das war ja jetzt kein Problem. Und wenn da keiner gekommen, wäre jetzt einfach Gas gegeben, dann wären wir weg gewesen. Oh, voll die Hecken geschnitten. Ja, voll schön. Ja. Genau, ein bisschen Gas. Probier ruhig den zweiten Gang. Ein bisschen verschuldet. Die sind egal, ne? Die kommen von links. Mit denen haben wir nichts zu tun. Bleib rechts wieder auf deiner Seite. Ist halt Luxus, wenn du links rüberfährst, ne? Aber der Prüfer will das nicht sehen. Bleib schön hier auf der Seite. Hier brauchst du auch nicht blinken. Geht nur rechts rum. Kannst du einfach so locker rum. Ich noch ein bisschen. Jep. So, kann man was sehen? Nein. Dann Kupplung, Bremse. Bremst euch ein bisschen mehr. Und erste Gang. Roll aber langsam weiter. Beobachte. Kommt dann keiner, dann kupple ich zurück. Noch wieder ein bisschen Gas. Machen wir abgehen. Dann fahren wir rechts weiter. Bleib aber so ein bisschen rechts. Voll viele Birnen hier. Hier gibt es Holz. Ich noch ein bisschen Gas. Und dann Kupplung und zweite Gang. Bevor du jetzt rausfährst, wegen dem weißen Auto. Spiegel. Spiegel, Schulterblick. Gut. Tick ruhig an, sieht gut aus. Genau. Und dann fahren wir rechts weiter. Sofort wieder. Spiegel. Spiegel. Blinker. Sieht man was? Nein. Kupplung, Bremse, erste Gang. Ruhig rollen, aber erste Gang. Schön rumlenken schon. Links ist egal. Genau. Weil wegen rechts vor links hast du. Bevor du überlegst, in den zweiten Gang zu gehen, nicht drücken. Bleib ruhig im ersten Gang. Das ist cool. Fuß über die Bremse legen. Darüber legen. Richtig. Und dann wieder Gas. Genau. Und dann fahren wir links weiter. Zack, zack, zack. Blinker. Cool. Schön rechts beobachten. Haberfuß wieder an die Bremse legen. Jetzt wieder ein bisschen Gas. Bleib auf der Seite hier. Ja. Ein bisschen noch so. Und ruhig, zweite Gang. Zweite Gang. Und beobachten. Kommt da keiner, wollt es einfach weiter. Geht locker im zweiten. Dann fahren wir rechts weiter. Zack, zack, zack. Kein Gas. Kein Gas. Keine Kupplung. Die müssen sowieso warten. Wenn kein Auto kommt, roll einfach weiter. Genau. So reicht. Weil kein Auto kommt, ist das kein Problem. Wir fahren links weiter. Da, da, da. Große Kurve machen. Mhm. Wenn keiner kommt, bleibt das im zweiten Gang. Und jetzt schön rein. Mit neuer Gas würde ich nicht geben. Weil du siehst noch nichts, weißt du? Wieder checken. Ganz raus. Also so richtig so. Und wieder zurück. Genau. Wenn du Gas gibst, ist richtig spannend. Mann, hier ruf rein. Nicht, dass ich auch so den Schlüssel nicht genommen habe. Das wäre blöd. Und dann fahren wir jetzt hier locker rechts weiter. Guck mal, man sieht wieder nichts, ne? Jetzt wieder Kupplung. Erster Gang. Erster Gang ruhig. Und langsam schleifen. Nein, dein Schlüssel ist nicht bei mir. Was? Hallo? Ja, mach ich. Mach ich. Ja, aber dein Schlüssel ist hier nicht drin. Ja? Kann ich machen, ja. Sag mir nur wann. Okay, gucke ich gleich. Und dann links. Ciao. Fahr schnell. Sau. Guck mal. Weil du jetzt einmal geguckt hast, ist es okay, wenn du links bleibst. Du gehst aber viel Risiko ein, dass einer von vorne kommt. Wenn da einer kommt, müsstest du ausweichen. Du kannst sie ja nicht wegballern. Das heißt, du musst, also kannst ja schon, aber du musst so langsam fahren, dass du locker reagieren kannst, wenn einer kommt, ne? Nicht, dass sie in die Ecke springt, da wegen dem Unfall. Genau. Hier würde ich auch kein Gas geben, weil du siehst halt nichts. Okay, gut. Wir fahren dann rechts weiter. Spiegel, Spiegel. Blinker. Die Kurve ist so zu eckig. Kupplung, Kupplung, Bremse, erster Gang. Rollerbar weiter. Genau. Kupplung wieder lösen. Und dann einfach rum. Genau. Gerade werden und wieder ein bisschen Gas. Wenn es passt, zweite Gang. Genau. Und bleibst du ein bisschen links. Sieht doch gut aus, so. Korrekt. Ein bisschen rechts rüber wieder. Und dann fahren wir links weiter. Wieder. Zack, zack, zack. Korrekt. Sieht man was? Ja, ein klein bisschen. Ich weiß nicht. Guck mal. Du hast das noch gar nicht abgecheckt. Und das? Und das ist ziemlich schwierig. Jetzt kann ich das erste Rieberk. Das heißt, ja, du erkennst was, aber deine Straße ist noch nicht klar. Und du musst dann jetzt merken, da sehe ich nichts, da sehe ich nichts. Und dann merkst du schon, oh, 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 das wird zu schnell. Kupplung, Bremse, erster Gang. Damit du dir die Kontrolle wiederholst. Weil der Prüfer beobachtet dich, der sieht das sofort. Ob du das kontrollierst oder, wallah, das Glück war. Dann fahren wir links weiter. Zack. So, und jetzt ist das so ein bisschen mies, weil, genau, Kupplung durchdrücken, jetzt schon lösen die Kupplung. Siehst du das Schild oben? Ja. Gut, dann fahren wir langsam rum. Wisst ihr, der ist schon ausgewichen für uns. Und jetzt, jetzt halt, nein, 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 kein Gas geht. Du darfst kein Gas gehen. Das ist rechts vor links, check einmal aus. Gut. Und du darfst jetzt kein Gas geben. Oh, also, alle Füße weg. Genau. Das war's. Gibst du Gas, dann will ich raus. Ich weiß. Weil, gut, weil wegen Spielstraße, weißt du, also, oder Verkehrsberichterbereich, so heißt das Ding eigentlich. Rechts vor links zählt trotzdem. Trotzdem reingucken. Alles gut. Und dann wird ich erstmal drauf. So, und wichtig, immer noch kein Gas geben. Und die Prüfer sitzen dann da hinten und warten schon, ne? Aber jetzt, siehst du ja. Also ab, dann kannst du gerne wieder drücken. Bisschen links rüber. Genau. So. Siehst du was? Du musst wieder über die Bremse legen. Muss wieder so sein. Genau. Kommt keiner? Kannst du wieder Gas geben. Korrekt. Da ist die Anni wieder. Guck mal. Ja, hallo. Ja. Bisschen rechts bleiben. Auf keinen Fall schaffe ich nicht. Kupplung, Bremse und wieder erste Gang. Schön langsam. Das müsste ich schaffen, ja. Ja, ciao. So, dann fahren wir rechts weiter. Auf den von links brauchst du nicht gucken, ne? Also, du kannst immer mal gerne einmal rüber gucken. Blink nochmal, wenn der Blinker ausgeht. Und jetzt ziehst du einfach hier rum. Bleib schön auf deiner Seite. Ein bisschen mehr lenken noch. Genau. Und da fahren wir links weiter. Genau. Große Kurve. Zieh nicht rein. Also um die 14 umrum fahren hier. Okay. Direkt nochmal Spiegel gucken. Weil du ja wieder rausfährst für den. Und wieder locker zurück. Wieder Spiegel gucken. Genau. Jetzt brauchst du nicht blinken. Geht ja nur links rum. So, schön rechts bleiben. Na ja, ein bisschen Gas. Guck mal, ist die Lüdi. Die ist da bei mir im Führerschenkel. Die winkt immer so, Freunde. Hallo. Korrekt. Guck mal, da fahren wir links weiter. Direkt wieder zack, zack, zack. Genau. Noch mal blinken. Und während Vorfahrt? Die. Also bleib mit den Augen schön da. Kommt keiner, dann kannst du dir da ein bisschen Gas geben. Und dann fahren wir rechts weiter, direkt wieder Spiegel gucken, Blinker, ohne Gas. Hier ist alles cool, siehst du? Hier ist alles cool, siehst du? Geht. Dann fahren wir rechts weiter. Direkt wieder Spiegel, Blinker, zack. Ohne Gas. Boah, dann gleich mache ich Flatrate für dich. Schön rechts bleiben. Rechts bleiben. Okay, wo soll der denn in meinem Auto sein? Also muss ich dann irgendwas suchen? Ja, also ich finde ihn noch nicht. Okay, ich merke mich gleich, Gis. Guck mal, wir fahren jetzt links weiter. Erst Spiegel gucken, Blinker links und jetzt Kupplung, Bremse, erste Gang. Okay, Kupplung, Kupplung, erste Gang. Ganz langsam. Und du musst jetzt so ein bisschen rechts rüber fahren. Noch weiter rechts rüber. Noch weiter rechts rüber. Kupplung drücken, Kupplung, 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 genau. Und von dieser Position aus, das ist das Einzige, wo du dann gleich links rüber kannst. Anders geht nicht. Du musst hier rechts rüber fahren. Jetzt schön langsam, bis halt beides frei ist. Links und rechts gut beobachten. Genau, da ist cool. Und jetzt schleif dich langsam rein. Nur schleifen langsam. Genau, langsam weiter. Und dann wirst du hier rum. Korrekt. So ein bisschen rechts bleiben. Und locker wieder Gas. Anni. Hallo. Kupplung und zweite Gang. Nach Hause den Schlüssel holen. Okay. Ciao. Ja, dann fahre ich da auch jetzt hin. Okay, tschüss. So, jetzt kannst du wieder, jetzt sind wir aus der Zone raus. Jetzt kannst du ruhig wieder ein bisschen drücken. Das, was ich dir da jetzt gezeigt habe, dieses erste und zweite Gang, da fahren die manchmal in der Prüfung rein. Einfach um zu sehen, hast du das verstanden oder nicht. Jetzt nimm ruhig kurz einen dritten Gang. Einfach Kupplung durch, dritte Gang. Genau. Korrekt. Kurz hinter dir kontrollieren, ist alles gelb. Drücken. Und wieder ein bisschen Gas. Und jetzt ist das ein bisschen mies von den Prüfern. Was heißt mies? Die sagen einfach jetzt, ja wir wollen geradeaus weiterfahren. Jetzt musst du gucken. Die Vorfahrtstraße knickt ja rechts ab. Ja. Das heißt, wir müssen warten, wenn einer von rechts kommt. Kupplung drücken. Und so wie der Ding ins Fahren. So ein bisschen rechts rüber. Erster Gang. Erster Gang. Rollen wir weiter. Kommt keiner. Kupplung los und fang geradeaus. Wir fangen geradeaus. Das ist ja der Trick. Verstehst du? Wenn du da lang willst, musst du blinken. Aber du musst auf die aufpassen, die von da kommen. Jetzt locker wieder und zweite Gang. Bist du gesehen, wenn ich jetzt gepennt hätte, dann wären wir irgendwo hingefahren. Vielleicht in die Kurve oder so. Und das halt immer, da musst du da aufpassen sonst. Sonst geht's schief. Kontrollier kurz rechter und linker Spiegel. Yep. Und ein bisschen Gas kannst du noch geben. Wir fahren gleich rechts weiter. Fangen jetzt schon an. Mach jetzt schon, alles klar. Zack, zack, zack. Ist kein Fahrrad, ne? Das ist immer wichtig, deswegen musst du gucken. Kupplung hast du durch. Kupplung drücken. Bremse. Jetzt nur die Frage, erster oder zweite Gang. Lenk schon rum. Hier rum lenken, mehr. Sieht man was? Nein. Dann nimm erster Gang. Boah, das ist richtig dumm, was sie macht. Guck nochmal. Und dann fährst du rum. Lenk, lenk, lenk. Nicht auf die andere Fahrbahn gucken. Ups. Sie fährt mit ihrem Fahrrad echt auf der Straße hier runter. Und das, der zweite Gang. Manchmal verstehe ich Fahrradfahrer nicht. Hat die irgendeine Mission oder was? Ja, vor allen Dingen ist das Vollplaner. Also da links ist ja ein Weg. Das ist mega gefährlich für sie. Weil von vorne kommen Busse und alle überholen. Aber naja. Kommt der nächste, fährt dann noch bergauf. Er ist ja noch mehr sicher. Alles klar, ich hab nichts gesagt. Er hat wenigstens gelben Helm. Kupplung durch und dritte Gang. Crazy. Wenn man weiß Bescheid, wenn die Leute nichts zu tun haben, stelle eine Fahrradtour. Einfach mal bergauf. Kupplung ganz durch. Und dann langsam. Bist du Haltlinie. Weiter, 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 weiter. Jetzt gibt es ein Geheimniszeichen. Erster Gang. Genau, und jetzt geht es wieder ab. Kupplung lösen. Geradeaus. Einfach so. Und jetzt zieh ruhig. Weil geht ja auch bergauf. Genau. Den zweiten Gang zieh mal bis 50 jetzt. Weil so ein Berg ist. Also. Dann dritte Gang. Genau. Aber erst den zweiten bis 50 ziehen und dann dritte Gang. Also nicht wie in der Stadt, so umweltschonende Fahrweise und so. Mal wieder Gas geben, sonst. Genau. Sondern den zweiten Gang wirklich bis 50 ziehen und dann kannst du nur den dritten Gang schalten. So, jetzt guck ich mal, wo die eine Hirn-Schlüssel haben könnte. Da hinten liegt nichts, ne? Hier drin. Das ist auch nichts. Das ist meine Schlüssel. Also das ist auch nichts. Ich habe meine Schlüssel. Hier gibt es auch nichts. Liegt nur ein Bomber. Wie lange eine Bomber? Ja, bei dir in der Tür ist auch nichts. Papier kannst du mir zurückgeben. Ich habe hier so einen Mülleinwand gekauft. Schön bei den 50 bleiben. Jetzt guck mal, wenn du merkst, dass du runterfällst, immer wieder ein bisschen. Also einfach ein bisschen Gas geben. Dass du ruhig bei 51, 52 bleibst. So, da war das Eingangsschild. Hast du gesehen? Jetzt ist es sowieso egal. Am Fuß hast du weg von der Kupplung. Das ist gut. Eigentlich ist das ja keine schwere Strecke. Aber der Prüfer will einfach immer sehen, dass du das Fahrzeug kontrollierst. Immer wieder dieses erste Gang, zweite Gang, erste Gang, Innenspiegel, Ausfliegel, Unterblick. Und gleichzeitig auf dem Weg zurück zur Fahrschule. Dann hier wieder dieses 30, zweite Gang. Und so, dass das alles passt. Korrekt. Genau. Schön kontrollieren. Hoffentlich springt das Ding jetzt nicht um. Letzter Blick immer wieder so nach oben. Dann ist wichtig, dass du weißt, wie viel Abstand sie hat. Weil wenn die Ampel direkt vor dir umspringt und du denkst darüber nach, feste zu bremsen, dann musst du wissen, ist sie nah oder weit. Und wenn die zu nah ist, kannst du keine Vollbremse machen. Dann knallst du hier rein. Schön langsam. Genau. Zweiter Gang hast du schon. Brems ruhig noch ein bisschen bremsen. Genau. Und erster Gang. Roll aber weiter. So, bis hierhin. Und jetzt ist Stopp. Bis du sicher bist. Genau. Dauert halt manchmal eine Minute. Scheißegal. Zack. Guck mal, die blinken beide. Der dahinter auch. Ist schwer zu erkennen. Ja. Ja, locker. Guck mal, jetzt kannst du langsam. Ja, guck mal, er blinkt nicht. Siehst du? Ein Gangster dabei, schon super im Arsch. Und 80. Ja, ja, und 80. Ja, er ist boss. So. Beobachte. Jetzt kannst du. Genau. Schön große Kurve drumherum fahren. Genau. Und ein bisschen Gas geht. Ja. Jetzt kannst du ziehen. Wichtig ist, dass du dich in der Prüfung nicht Banane machen lässt, wenn dabei einer hinter dir ist, der ein bisschen mehr Druck hat. Egal. Egal. Geht um deinen Führerschein. Ob der hupt oder nicht. Ganz vergessen. Genau. Und hier ist wieder 50. Hier kannst du wieder drücken. Ruhig ein bisschen stärker drücken einmal. Genau. Aber warte, nicht hier drauf kommen. Wichtig ist, dass du hast du gemerkt, guck mal auf sie, du bist zu schnell. Du wolltest hier so durch, ne? Du musst deine Augen ein bisschen, wie bei Jedi, müssen. Ruhig wieder ein bisschen Gas. Wie bei den Jedi. Gut, du liest eine 50. Genau. Einfach nur locker runterrücken. Das war's. Wenn du jetzt mal ganz kurz hier reinguckst, siehst du, wo die Linie ist? Rasi. Links müsstest du noch ein bisschen Platz haben. Ich weiß gar nicht, ob man die da sieht. Nein. Okay, aber wenn du langsam fährst, wird dir gleich auffallen. Also jetzt guck noch mal. Jetzt nicht. Also da ist noch genug Platz. Ich höre ein bisschen darüber. Ich weiß, es kommt dir nicht so vor, aber... Genau. Siehst du die Ampel? Ja, die ist wieder hoch. Kupplung drücken. Ja, komm. Ja. So ist ein bisschen zu nah. Ehrlich? Ich sehe das gar nicht so. Ja, wenn der jetzt in den Spiegel kommt, sieht der nur noch unsere beiden Köpfe. Der sieht gar nichts mehr. Guck mal, du siehst ja noch wenigstens seine Motorhaube. Der sieht nichts mehr. Der sieht nur unsere Köpfe. Lass immer so viel Platz. Dass du den Asphalt, also die Straße noch zwischen dir und dem Auto sehen kannst. Dann ist dein Abstand immer cool. Bisschen weiter links rüber. Genau. So, kontrollier nochmal kurz hinter dir. Sehr gut. Und dann jetzt an die Schaulegen. Also wieder Gas zurück. Einmal. So. Halt dich ein bisschen an dem Fahrradweg. Okay. Aber nicht drüber fahren. Und jetzt Kupplung und einfach stoppen. So ein bisschen so bleiben. Ja, jetzt kann man fast den Asphalt sehen zwischen uns. Kommst der Sache schon näher. Ruhig, erste Gang. Genau. Und wieder ein bisschen schleifen. Wir wollen geradeaus weiterfahren. Okay. Eventuell musst du dafür so ein bisschen an den Fahrradweg dran. Dafür musst du hier gucken, dass hier kein Fahrrad kommt. Und so einen Schulterblick machen. Und dann kannst du so drüber fahren. Aber erst musst du gucken, dann darfst du drüber. Ich bleibe drüber fahren und gucke. Jetzt ist es zu spät. Kupplung durch. Jetzt achte mal drauf, dass du den Asphalt noch siehst. Jetzt aber geht's. Guck mal so. Gerade eben noch. Also knapp. Genau. Lange als mal. Ersten Gang haben wir noch. Die beiden haben ein Fahrrad hier. Die machen mir so ein bisschen Sorgen. Wieso? Weil die gleich mit auf deine Straße fahren. Also wir fahren geradeaus. Die fahren geradeaus. Ich werde dir ja schon schieben. Nö, ach das nicht. Aber das ist halt so. Du musst die direkt durchfahren lassen. Du brauchst gar nicht versuchen, die zu überholen. Und manche denken so, alles klar, los geht's. Ziehen an denen vorbei. Und 50 Meter später musst du wieder bremsen und die Fahrradfahrer vorbeilassen. Das ist so. Da kommt schon der nächste. Und dann kommt der übernächste. Das ist simp. Das meine ich mit dem haben wir so ein bisschen Sorgen. Das ist immer schwer zu beobachten. Guck mal, die hinterher zu gucken. Ganz schön kritisch. Du kannst langsam anfahren. Da kommt schon der nächste hier. Genau. Aber siehst du das? Guck mal, die kommen direkt auf deine Straße. Und du passt gar nicht mehr vernünftig daneben. Und jetzt kannst du dir ein bisschen Gas geben. Und dann kannst du die ganze Gang eigentlich fahren lassen. So, check direkt Spiegel. Blinker. Vierter Blick. Bisschen Gas. Auf gar keinen Fall geradeaus fahren, ne? Nein. Ja, in der Prüfung sagt halt keiner was, ne? Manche Fahrschläge sind dann so ein bisschen paralysiert. Und kann passieren, dass die da selber ist. Dass die dann einfach geradeaus segeln. Okay, bisschen Gas und zweite Gang. Korrekt. Fahre ich in der Mitte, weil das eine Einbahnstraße ist. Kannst du dir gönnen. Kein Gas. Aber nicht wegen dem Auto, sondern wegen dem Fußgängerweg. Weil da Fußgänger drüber dürfen. Oder die Fahrräder, siehst du das? Manchmal schießen die einfach da durch. Und darfst du die halt nicht umfahren. Ist klar. Darauf musst du halt gut achten. Bisschen link bleiben. Aber wenn die nett sind, lohnt es sich ja noch nur zu undbaden. Komm, dann kann man wieder was kennenlernen. Ist immer ein schöner Zebra-Streifenbaden. Oh, da kommt der ein. Soll ich dir da ein bisschen Gas geben? Genau. So, jetzt guck mal weit nach links auf dem Fahrradweg. Da ganz links noch. Also, bleib aber mit dem Auto rechts. Noch weiter links gucken. Und nach hinten hin. Und jetzt nach rechts gucken. Komm, kein Fahrrad. Kannst du weiter drüber fahren. So weit musst du gucken. Damit du sicher bist. Für alles andere brauchst du dein Glück. Keine Kupplung, das war's cool. Kupplung lassen wir wieder los. So, ich bin da für den zweiten Gang. Hast du es wieder vergessen? Kein Gas, kein Gas. Roll einfach. Die fahren alle hier raus. Roll einfach. Genau. Schön drumrum rollen, nicht drüber fahren. Und geradeaus auf jeden Fall raus. Ja, zack. Ein Unterblick. Genau, schön raus. Und wieder Gas. Also bis 30, wenn man so Gas geben kann. Guck mal oben an den Eingang. Der Sparkasse, kommt keiner, ne? Nein. Und dann weit links rüber. Jetzt bist du fertig. Jetzt hast du alles gesehen. Aber so weit, einmal da, einmal da. Dann ist cool. Und dann rechts weiter. Zack, zack. Sauber. Kupplung, bisschen langsamer. Ausräuchen geht nicht. Gib ihm einfach eine Chance für seine Kurve, weißt du? Dann nimmt sich die sowieso, ob du kommst oder nicht. Check. Grüne Ampel. Oh. Ja, Mann. Direkt nochmal Schulterblick hierhin. Wegen Fahrrad und so. Ist keiner da, dann kannst du rum. Oben rechts hast du nochmal die Info. Reist die ganz so. Genau. Ja, manchmal vergisst man das was. Dann fährt man hier rum, denkt so, boah, cool. Große, breite Straße. Und dann... Ganz schlecht. Vorfahrtsstraße zwar, aber bleib bei 30. Also brauchst halt nichts. Nicht gucken, gar nichts muss da trotzdem gucken, dass du die 30 hältst. Viele sehen halt dieses Vorfahrtsstraßenschild und denken so, ja, alles klar, kann ich 50 fahren. Weil normalerweise hast du ja auch in 30 Zonen fast immer rechts vor links. Außer hier. Wir fahren jetzt geradeaus weiter, aber ohne Blinker oder irgendwas. So wie gerade auch. Wir können nur so fahren. Fuß über die Bremse, sodass du rechts abcheckst, wer da kommt. Vorsichtig mit ihm. Kommt keiner mehr. Dann geht's weiter. Wichtig war dann, dass du Gas weggenommen hast. Rechtzeitig immer wieder. So, jetzt müssen wir einmal schauen. Guck mal, die ganze Gang steht schon da. Die warten nur auf uns. Wir sind die Stars, die die Schlüssel haben. Kein Gas, wegen rechts vor links. Mal abchecken. Und dann werden wir gleich wieder umkehren. Diesmal machst du das alleine. Du kannst auch neben dem blauen Schild da stehen bleiben. Auf der Straße, aber an der Laterne. Siehst du das? Da fährst du so ein bisschen so, wie du jetzt bist. Guck mal, sie drängelt schon so ein bisschen. Blink mal rechts. Genau, dann checkt die, was wir machen. Und jetzt kupple und langsam runterbreichst. Weil du geblinkt hast, fährt sie jetzt vorbei. Hättest du nicht geblinkt, würden die einfach hinter dir stehen und sagen, ja was? Dann steigst du aus und so, was? Okay, Rückwärtsgang. Nee, nee. Ja, also. So, wieder umdrehen. Also du kannst richtig so einen Bodymove machen. Genau. Schön langsam, lass dir Zeit. Langsamer, kupple runter. Genau. Ab der Hälfte, denk dran, einmal stopp, ganz stoppen. So. Checkst du links ab, kommt kein Fahrrad oder so. Und jetzt wieder nach hinten kuppeln und langsam weiter. Kupplung durchdrücken. Korrekt. Sauber, erster Gang. Blinker links. Abchecken. Und dann schön langsam. Wieder nur halbe Kupplung, nicht alles. Ganz wichtig, nur halbe. Hast du gemerkt, wie eng das dann wird, ne? Wenn du alles hättest kommen lassen, dann wow, wird er so nach vorne geschossen. Cool, und dann bleiben wir einmal hinter dem Auto stehen. Also, so kannst du so einen Blinker rechts machen. Noch mal blinken. So, ein bisschen links bleiben. Kupplung und einmal stopp. Okay. Korrekt. Gang nimmt kurz raus. Ich bringe nur eben meinen Schlüssel weg. Alles gut. Haut nur nicht ab ohne mich, das wäre cool. Hand an dem Sitz hier einmal an. Riese, fahrt wieder da. Ja, nach oben. Ja, Mann. Jetzt kannst du auch alle Füße loslassen. Cool. Jetzt läuft's. Also reinschmeißen hier. Was passiert mir, ne? Nein. Keiner mit dem Apo. Na, Burger King. So, sauer. Cool, drück Kupplung wieder durch. Genau, der geht alleine wieder an, hast du gemerkt, statt Stock, ne? Yep. Jetzt müssen wir so ein Stück zurück, damit wir hier wieder weg können. Einfach so. Deine Feste. Jawohl. Genau, dreh dich immer um zum Rückwärtsfaden. So ist cool. Das ist richtig. Noch mal, noch mal umdrehen. Und noch 20 Meter. Sauber. Ja, ich weiß, das ist komisch. Auch da sitzt der Puffer halt, ne? Der guckt dann immer so, fast so wie du. Aber da sind keine, da werden ja keine Faxen gemacht. Nein. Denk dran, vier. Eins, zwei, drei. Und hier ist halt der Blinker. Genau. Und jetzt schleifst du dich langsam los. So, ein bisschen rechts bleiben. Und locker wieder rechts verlängst. Oh, nee. So, schön links rüber. Genau. Schreibst du da eigentlich immer diese Wege auf, die wir fahren, oder? Machst du das einfach spontan? Kupplung? Nee, ich hab, ähm, hier locker stoppen. Und dann, genau, erste Gang, hast du da drin. Schleif dich wieder langsam nach vorne und beobachte dabei nach links. Ein bisschen rechts bleiben. Ein bisschen. Und dann ein bisschen Gas, ne? So, schön rechts vorbei. Drück auch aufs Gas, dass du, der hinter dir nicht wegen dir bremsen musst. Direkt in der Kupplung. Nee, das ist so, du hast, ähm, ja, sowas wie so ein, wie soll ich sagen, so ein Stufenplan im Kopf. Also ich, ich war, nee, 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 30, zweite Gang war. Das ist sehr. Huch. Nee, ja, alles gut. Weil du, du musst verschiedene Stufen durchlaufen, bis wir sagen können, alles klar, du hast jetzt fast alles gesehen, wir können in die Prüfung gehen. Und manche Fahrsteller verstehen das schnell mit dem rechts vor links und dem ersten und zweiten Gang. Und manche Fahrsteller brauchen da fünf Stunden für. Und deswegen ist das immer so, dann mache ich mit denen das Gebiet, wenn die das Gebiet gut können, gehe ich in das nächste. Wenn ich mit denen war, gehe ich in das nächste. Und so hat man immer seine, ich sag mal, Strecken und Routen, die man in einer bestimmten Stufe fährt. Kein Gas mehr? Wir fahren rechts weiter. Zapp, 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 zapp. Siehst du das Fahrrad da hinten? Nee, das ist aber gut. Du kannst davor fahren. Das ist kein Problem. Mach nochmal ein Schulterbiet. Dann ohne Gas einfach locker rum. Genau. Das ist cool. Ein bisschen zurück. 30 Zimmer oben, alles cool. Spiegel nochmal gucken. Und ein bisschen Gas. Korrekt. Kein Gas, genau. Guck, wenn der Weiße jetzt hier langgefahren wäre, sofort Gas wegnehmen, umzubremsen. Und hupen. Und ihn darauf aufmerksam machen. Hier sollte keiner rauskommen aus der Einbahnstraße. Guck trotzdem mal rein. Und wieder Gas geben. Und dann fahren wir an der Ampel links weiter. Ich check direkt jetzt schon die Spiegel. Blinker. Hier oben ist ja so ein Blechpfeil an der Ampel. Bietest du das? Ach, ich rolle, oder? Ja. Aber besser nicht. Bö, das macht ja hier. Paranoia. Das ist ja so ein Pfeil an der Ampel, ne? Ja. Weißt du, wie das funktioniert? Bei grüner Ampel kann ich rechts. Ja, bei rote auch. Wenn du einmal stehen geblieben bist, so wie wir, dann... Wenn jetzt keine Autos da wären, könntest du einfach rechts abbiegen. Okay. Aber sind zu viele, also biegen wir auch nicht rechts ab, sowieso nicht. Aber du dürftest, auch bei rot, und du musst einmal stehen bleiben dafür. Ich würde es dir in der Prüfung nicht empfehlen, das zu machen. Das ist immer sehr gefährlich. Guck mal, die beiden Mädels stehen jetzt da in der Ampel. Jetzt fährst du nachher hier so langsam rüber. Auf einmal springt die Ampel um, dann kriegen die doch grün. Und du willst gerade rum und Gas geben, und dann kommen die. Das ist sehr, sehr kompliziert. Ich würde das wirklich nur abends um 23 Uhr machen, wenn nichts mehr los ist. Dann okay. Ansonsten... Würde ich dann meistens die Ampel auch noch raus? Ja. Viele Ampel sind so ab 22, 23 Uhr. Die gehen wir dann raus. Schön langsam, lass dir Zeit. Ein bisschen reinschleifen einfach. Wichtig ist, ohne Gas. Wieder Kupplung drücken, Kupplung drücken. Langsam hören. Genau, weil viele auch geradeaus fahren. Die beiden blicken ab, blinken nochmal. Und jetzt gehen wir rum. Kupplung drücken. Kupplung durch. Wenn das jetzt rot geblieben wäre, hätten wir das hier freilassen müssen. Ist aber nicht. Also können wir locker weiter machen. Gut übrigens, dass du das rechtzeitig gesehen hast. Guck mal, hier sind auch wieder zwei Linien auf der Straße. Weißt du das? Wir würden dann hier stehen bleiben, wenn er rot wäre. 30 ist echt Monster-Gerwindigkeit, ne? Das ist viel zu schnell. Dann wollen wir einfach chillig bleiben. 30 beobachten. Dann fahren wir links weiter. Tak, tak, tak. Linke. Fertig. Ein bisschen links bleiben. Jetzt Kupplung. Und langsam runter bleiben. So bist du still. Stopp. Zack. Gut. So, beobachten und locker rum. Einfach ein bisschen schleifen. Du hast einen grünen Pfeil. Keine Angst vor dem. Und fahr einfach ganz rum. Genau. Dann wieder aufs Gas. Oben rechts ist wieder die Info. Siehst du? 30 Zone. Und dann hier einfach lockern aufdrücken. Kommt noch durch. Cool. Genau. Ja, hier ist 30. Ich musste schauen, ob das passt mit der Kurve. Wenn dir da tatsächlich irgendwie so ein großer Bus entgegenkommt, ist es vielleicht besser manchmal, man bleibt sogar fast stehen. Wenn keiner kommt, oh, nicht auf die andere Seite fahren. Bleib ruhig schon. Bleib ruhig bis hin hier. Genau. Und dann geht nicht anders als rechts zu fahren. Wir bleiben aber zweimal stehen. Einmal hier an der Linie. Du kannst schon durchdrücken. Genau, hier erst mal Stopp. Zack. Erster Gun. Ja. Und dann schleifst du dich weiter bis zur nächsten Linie. Und locker weiter. Zack. Sauber. Blink ruhig nochmal. Und dann guckst du halt weit nach links, bis das richtig passt. Ja, ist egal. Chill, ne? So lange bis das passt. Okay. Schön schleifen. Ja. Und einfach ein bisschen Gas. Ein bisschen mehr. Check out. Ja. Hinter dir passt, ne? Sauber. Und ruhig wieder ein bisschen zieht. So ein bisschen. Aber ich will die Appelsauen gucken. Es gibt hier einen Motor Show. Hat das schon mal einer von euch gesehen? Ja, das war sogar bei mir da hinten. Ja? Ja, da war ich noch ein bisschen dummer. Und? Lohnt sich? Ja, also man kann ja von hinten einfach reingehen und so was zu zahlen. Korrekt. Zaunkarte, ja. Du hast immer gehört, wenn diese Werbeagenturen anrufen und wollen dir so geile Buswerbung vertippen. Dann sagen die, wir haben einen ganz tollen Platz für sie. Und ich denke mir, auf dem Bus, Alter, wo ist das für ein toller Platz? Okay, wieder ein bisschen Gas geben. Und zweite Gang. Sauber. Und ruhig wieder Gas. Ruhig mehr Gas. So einmal ruhig diese anziehen. Genau. Und dann dritte Gang. Weil wegen 30 ist vorbei, ne? Kontrollier mal kurz linker Spiegel, wo die Linie ist. Ja, hast du schon gemerkt, ne? Ja. So, kein Gas mehr. Wir fahren jetzt rechts weiter. Direkt in den Spiegel gucken. Super. Kuppel und Bremse. Zweite Gang. Alle Füße loslassen. Schulter Blick. Gut. Schön locker rum. Check. Yes! Na, wie war die Folge? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nicht vergessen, den Like-Button zu drücken. Ach so, abonniert habt ihr schon. Ja gut. Dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Ich ziehe das Ganze hier ja durch mit Teilern bis zum Ende. Also ihr seht dann nicht nur diese Stufen jetzt, sondern auch, wenn wir nachher jetzt auf die Autobahn gehen und so weiter. Auch das Ganze nehme ich dann mit auf. Also ich nehme euch einfach mit. Genau. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss!